Willkommen zu einem neuen Let's Fail mit Leuten, die ich so gut kenne wie gar nicht. Außer die Hälfte. Außer die Hälfte, nämlich mein Team gegen unbekanntes Team, unbekannte Leute, ihr könnt alle Hi sagen. Hi. Hi. Ihr könnt euch auch mal vorstellen, wie ihr seid. Meine ich auch. Also ich bin der Kriegsveteran, den bürgerlichen Namen, denke ich mal, braucht man nicht unbedingt zu kennen. Und ja, ich spiele den Trash. Jetzt kommen wir mal Dark weiter. Ja, ich spiele Mercedes-Benz Dark, spiele Jaxx und ja, bin einfach nur Mitläufer. Baganja. Ich spiele Darkie und spiele Lux. Und schnappt euch alle weg mit Demacia. Das werden wir ja sehen. Sie ist die einzige, die Level 30 ist. Nur mal so mal nebenbei und alle sind hier bei Cheesai auf jeden Fall anzutreffen, wenn ihr wollt. Kommt vorbei und ja, vielleicht uns zu verwegen, wie scheiße wir uns mit haben. Genau, wieder mal Jesse, stopp mich einfach nicht. Ja. Das war nächstes Mal auch schon. Jesse ist ja auch wieder dabei. Jesse ist ja mal ganz ruhig. Ja, die sollten sich alle nach der Reihe vorstellen. Du hast mich vergessen. Ja, jetzt darfst du. Du hast jetzt noch ganz viel Zeit zu reden. Ja, vorstellen die, die noch nicht da waren. Und Jesse war ja schon dabei. Ja, dann brauche ich mich ja nicht vorstellen. Aber du kannst Hallo sagen. Also, good game und have fun. Ja, viel Glück euch. Wir werden alle failen. Ja, ich spiele im Übrigen. Also, das hat man sich jetzt vielleicht nicht erschließen können, aber ich spiele Miss Fortune. Ja. Vor allen Dingen wird's lustig, weil wir wieder mal alle in derselben Konfi sind. Ich glaube, so ein Spiel hatten wir auch schon mal, da war aber zwei gegen drei. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, einfach hinterher. Ja, einfach hinterher. Wir werden so Kreuz und Quer labern, weil wir zwei Teams sind in deiner Konfi. Ja, vor allem du darfst nichts verraten, was du gleich machst sonst. Ja, deswegen. Das ist ja das Lustige dran. Ich tue es trotzdem. Toll. Ja, jetzt gegen den Trash. Ich habe Angst vor Daki, die hat es bestimmt auf die Hand gestellt. Sowas von. Ich liebe es, weil mit dir zusammenzuspielen, aber noch mehr gegen dich zu spielen. Nein! Ich versuche euch zu retten. Ah, Luxulti ist sowieso bescheuert. Mittlerweile hätte ich doch ganz gerne Sona genommen. Ja. Ich war mir nicht sicher, weißt du, weil ich nicht wusste, was ich mir dann kaufen soll für altmischen so. Das selbe wie immer. Das selbe wie immer mit Sona. Ich bin mal oben. Ich lasse euch mal unten. Dann gehen wir nach unten, weil die kommen ja irgendwie nicht. Die sind zu feige, aber gut, okay. Ach, hopp, da ist Trashy. Ja, da bin ich. Hallo, Trashy, wie geht es dir? Ich würde sagen, nicht hingehen, weil alle da sind. Du bist einfach auf mich abgesehen, hast du wirklich. Seid ihr echt alle unten? Moment, ich müsste es dann theoretisch... Ja, sind alle unten. Gute Abend. Gute Abend. Danke, Trashy. Also, die Person, vor der ich am meisten Angst habe, ist Darky. Was solltest du auch? Deine Bitch. Spaß machen. Na, ich lasse euch mal alle da unten. Ich lasse euch alle da mal unten alleine. Aua, hört auf mich zu hauen. Genau. Hau nicht, ich schieße. Immer neben, dankeschön, das gefällt mir sehr. Das sind immer noch alle drei unten. Ja, irgendwie schon. Im Trash wollte ich gerade hier Darky schnappen. Äh, Jessie schnappen, aber okay. Nicht hinterher. Ich lasse ihn stehen. Ich lasse ihn stehen. Ich lasse ihn stehen. Komm, komm gleich her. Zieh dich mal da zurück, die kommen gerade zu dir. Ich weiß. Aua, was soll denn das? Was soll was? Was soll? Na, war so klar. Scho. Schönen. Nein. Nein. Nein, das gibt's nicht. Legt euch nicht mehr Chogeth an. Jetzt habe ich leider keinen Mahner mehr. Nimmt... Oh. Oh. Oh, schade. Aber Jessie hat mir hier jetzt eine Doppeltötung hingelegt. Damit ist es schon fast zu siegelt. Das sogar habe ich nur mit Autos mit. Jetzt haben die beiden auch noch die Türme. Ja, bin auf dem Weg. Türme? Nicht Türme, Altäre meinst du? Türme, Altäre, alles dasselbe. Ach, wieder daneben. Tadada. Das war mit Absicht. Ach so. Okay, dann will ich den Makler rauben. DJ ein bisschen weiter zurückhalten. Besonders wegen Jax. Ach, Gott. Das ist nur Hannah, was habe ich das... Oh, boh. Oh, boh. Soll das einfach heiß, nicht geht's schlecht? Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein. Bin nügend. Das hast du jetzt gesagt, nicht ich. Äh. Aha. Boah, wie wenig Damage ich denn mache. Einfach krass, ey. Warte mal ab, bis ich ein... Ich kann mit Sugar für so lange überleben, ohne einmal zu sterben, überleben, mit zwei Items. Mehr brauche ich nicht. Nicht sowas von gar nicht. Ich brauche nur die Magieresistenz-Schuhe und Stab des Zeitalters. Und dann viel Spaß. Dann klauen. Schade. Geh mal weg. Geh mal weg. Ganz ruhig. Ey, nicht gegen Darkie. Geh ruhig. Jessi, du weißt, wie fast ich dich normalerweise spiele. Ja, aber... Glück gehabt, ey. Och, was denn. Sag Bescheid, wenn einer verschwindet. Hier wäre man nicht von Darki reiten könnte. Jessi, ey. Ja. Wie ich nicht Lars hütten kann. Auch da geht sie so wie mir. Im Normalfall schon, nur gerade nicht. Ja, hat sie sich Mana wiedergegeben, natürlich. Jessi, du kennst mich. Ja, ich weiß. Wo bist du hin, Thrash? Wo bist du hin? Wüsste ich auch gerne. Dahin, wohin ihr nicht seid. Würde ich mal so sagen, ne? Ich hab jetzt nicht auf die Karte geguckt. Toll. Leute, normalerweise ist es viel einfacher, wenn ich nie in den Zocken rauche. Bei euch muss man sich ja konzentrieren, Alter. Ach, muss man? Ne, muss man nicht, aber wäre hilfreich. Ja, komm, gib's mir. Yes. Nein, ich hatte auch meinen Entzündung, warum denn? Reicht, denke ich nicht. Aber ich wollte mein Entzündung einfach loswerden. Ja, ich hätte meinen Entzündung noch mit... Ja, dann wäre er tot. Ja, jetzt... Mal was gesagt. Ich hab gedacht, das reicht, weil du Sorge gesagt hast. Nein, das gibt's doch nicht, ey. Ja, ich hab dich auf der Karte gesehen, aber... Schade hin! Yesy! 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 Sexy, sexy! Oh, verdammt! Du warst leider nicht mehr in Reichweite. Ich weiß. Geh weg. Lass ihn einfach mal laufen. Na, so, so. Ich hab schon wieder meinen Entzündung gehabt und es vergessen. Egal. Ich weiß, ob ich den mitnehme. Ich vergesse das immer, weil ich das nie benutze im Normalfall. Also, weil ich es nicht gewohnt bin, ja. Wann, du losst das? Bam! Boah. Bam, dadam, bam, bam! So, wahnsinnig. Wieso bin ich wahnsinnig? Die haut noch wieder ab, siehst du doch. Ja, weil ich dazugekommen bin. Yesy? Ich hab gesehen, dass das ist. Also, bitte. Nicht so schnell. Okay. Schön gemacht. Ach, verdammt. Der Tower schießt so langsam. Ja. Oh, ich sollte trotzdem aufpassen. Was sagen Sie? Stark. Sehr stark. Ich definitiv. Man, ich glaube nicht meine Last Hits. Ich hab jetzt 18. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, und das als Carry, Mann. Boah. Ich find's immer noch lustig, auf dieser Lane-Shogas als Stangel zu spielen. Ich brauch auch immerhin noch Geld, ne? Komm, lass mich meine Passive ploppen. Bleib stehen. Oh, yesy. Oh, yesy. Was ist denn... Oh, yesy. Und wenn ich so ein Auto-Attack rauffahre, mach ich doch bitte ein Schaden. Und so. Oh, jetzt wird's lustig, Kinders. Jetzt wird's lustig. Oh, echt? Wird's lustig? Ulti? Boah, die hab ich schon. Die hab ich schon. Ulti ist böse. Das passt auf. Boah. Was machst du denn da? Schade. Nicht, DJ. Nicht. Oh, nein. Oh, nein. Wir haben das nicht hier. Er sagt. Hey, das ist lustig. Ich konnte nicht verknallten. Leider noch nicht stark genug. Na und? Jetzt kann's wirklich lustig werden. Ach, glaubt, das bringt euch viel. Hannah ist schon wieder auf den Weg gegangen. Nur ein, das ist das erste Mal, dass ich gestorben bin. Es tut mir leid. Es ist das erste Mal, dass ich gestorben bin. Okay, Entschuldigung, ich nehme mir den Spruch zurück. So, wieder alle sind und vergessen. Oh, Jekyll, ich trau' ich dir ein. Dann verlaufen. Dann verlaufen. Dann verlaufen. Nein, scheiß Dreck. Gegen die Schuhe hätt' ich's noch geschafft. Äh, sicher? Gut sein, Jessi. Ja, weil ich sofort von mir hatte. Ich hab' noch nicht mal Klee bekommen. Oh, sei froh, dass ich meine Oiti grad nicht hatte. Hahaha. Heilpunkt ist nicht da. Schade. Jessi. Hey, lass dich von mir töten. Nein. Ich will hier ohne gestorben zu sein rausgehen, ja? Wenn du das schaffst, ne, dann kannst du echt was dabei... Ich hab' nur wie deine Seelen ein, ey. Oh, ich liebe Chuggas Passive. Die vergesse ich sogar am meisten. Nomnomnomnom. Yay! Das ist nicht seine Passive, aber okay. Ja, ist egal, aber nomnomnomnom. Das liebe ich auch. Ich glaub, das ist sogar das erste Mal, dass ich in der Aufnahme dingstens... Ich weiß, dass du da drinne bist, Junge. Und ich weiß, dass ich jetzt hier bin. Kommt daneben. Ich hasse mich, dass es keine Wards gibt, ey. Äh, doch, hier gibt es welche. Doch, gibt es. Die heißen woanders. Ich hab nur halt weniger Sinn eigentlich hier. Oh, ich wollt einen von euch treffen, ne? Sich unschen. Es ist so das Supporter-Dasein. Immer an Wards zu denken. Ja, ich hab nur noch einen Weg, ey. Verdammt. Ah, ah. Ich liebe jetzt Blitz zu Yucin. Den holen wir jetzt. Der ist weg. Sicher? Au. Ja, den Tor. Demacia. Yay! Die nächste Dauern, komm! Die kriegst du! Den kriegst du! Nee, Schild. Ach, ich kann nicht. Geh weg! Da, 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 da. Hatte sogar Ulti. Geh jetzt weg. Jetzt. Jetzt muss ich jetzt wieder. Ducky, das war jetzt so Glück, dass ich... Zurückziehen, Altar einnehmen, aber, äh, Jesse, geh mal zum anderen Altar. Einfach mal. Nee, mach dir mal die Beine mehr. Wenn ich nicht irgendwie... Pass auf! Wenn ich mehr Dinge vergessen hätte. Nein! Ha, 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 ha. Ja, gut. Da, 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 da. Und weg! Besuch kommt, Besuch kommt, aber den ignorieren wir mal gekonnt. Ach, verdammt. Beinahe noch erwischt. Egal. Zurück. Hm, ich hasse das, äh. Ganz im Ernst, äh. Boah, jetzt hab ich meine zwei Items. Ich könnte jetzt aus dirks mal wieder gar nicht einkaufen gehen. Ich hasse Jax übrigens. Zum Glück spiel ich... Ja, zum Glück spiel ich aber Cho, sonst, sonst, ne? Weil Zix ist... Würde ich Zix nehmen, dann ist Scheiße. Vinions sind OP. Und Jax ist hier drin. Lauf. Ja. Wie? Nom, 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 nom. Schmeckt sie? Ja. Ich bin doch alt. Du entkommst nicht, du entkommst nicht, du entkommst nicht. Leck mich. Ah, verdammt, falsche Taste. Warum ist keiner low-leifend, auch wenn ich's mal gebrauchen kann? Ähm, weil Grund. Weil Sugar. Aber man merkt den Unterschied. Welchen Unterschied? Zwischen euch und uns. Wieso? Meinst du damit? Ich spiel schlecht. Show macht gleich Omnomnom. Omnomnom, mach ich das? Naja, die Ulti hab ich erst in 14 Sekunden. Ich hätte jetzt Jax genomnomt, aber... Aber ich hab jetzt erst in 8 Sekunden Nomnom, ne? Nein! Guck, kein Schild. Nein! Shit. Ja gut, 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 gut. Ja gut, oh, gut, 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 gut. Boah, was ist das, was ist das? Kriegst du dich! Kriegst du dich! Nein! Nomnomnomnomnomnomnomnom! Ah, du Asser! Ja, war gut. Hey, 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 hey! Geht schon. Ich liebe Joe, ganz einfach. Boah, ich hab grad mal nur 30 Seelen. Das ist der Nachteil mit Thresh. Wenn man keine Seelen bekommt, er bekommt ja keine Rüstung dazu, genau, ne? Dann ist weg. Boah, Lux ist wieder da. Ja, mach das. Oh, du schon wieder. Nicht schon wieder, immer noch. Ich mag dich nicht, geh weg. Ich bin doch nur ein Monster. Lass mich in Ruhe, ich bin nur ein Halbtraum. Du bist nur das Bett nicht unter Monster, unterm Bett. Nein, ich wohne nicht unter einem Bett. Alter, wie wenig Schaden machst du mir bitte? Ich mag dich nicht, geh weg! Jetzt bleiben wir aus Prinzip da. Würdest du sagen, du hast mich lieb und bleib hier und so? Ich liebe dich, ich heirate mich! Okay, ich bin schon weg. Ne, jetzt bin ich ne Runde Jungeln. Ich kaufe mir aus Prinzip keine Items mehr. Das bedeutet, ich gehe aus Prinzip nicht mehr zurück. Aber wobei, ich könnte mir ein Item noch kaufen. Das tue ich mir trotz diesen Dolch. Dann habe ich noch am Ende ein bisschen mehr Geld. Aber dann kaufe ich mir kein Items mehr. Ja genau, kannst du sowas von knicken, Alter, ey. Ja, genau. Genau, genau. So, mal gucken, wie viel Gold ich am Ende habe. Mal gucken. Ich wollte eigentlich auch nicht was machen und dann läuft er mir entgegen. Naja, egal welches Level ich bin. Ich könnte jetzt, wenn Stab des Zeitalters ausgebaut wäre, mit Level 13 schon den Boss alleine machen. Boah, das will ich sehen. Ich würde dir dann echt dabei zugucken. Nur zugucken? Nur zugucken? Ja, doch sie auch. Okay. Die Gegner haben doch keinen Kill, lass die keinen Kill machen. Also, das könnten wir gerne machen, aber ich schaffe mit Chogaf den dann alleine. Nur Stab des Zeitalters muss jetzt auf 200 sein, aber ist gerade auf 60. Das bedeutet, 14 Minuten sind es noch hin. Und wenn ich vollgefiedelt bin, was ich jetzt sogar schon bin. Ich wusste das. Ich wusste, dass du von da oben reingehst. Von wo oben? Boah, ich hasse dich. Soja, jetzt war mal. Weißt du das? Halt mal hier. Nee, ich mache jetzt was Lustiges. Nein, tue ich noch nicht. Okay, jetzt kriege ich gerade auf das Rest. Hier ist Seiltraum. Der war ja gut. Der war gut. Ich nehme es mit euch allen auf, weil ich Lux killen will. Warte, 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 warte. Gehen, Bus, gehen, Bus, gehen, Bus. Lass mich in Ruhe. Ich liebe dich und will dich doch nur heiraten. Hörte sie! Ich dachte, da geht's ruhig. Nee, nee. Warte, ich will die alleine noch platt machen. Joa, du stirbst. Außer will das. Aber ich habe einen Kill gemacht. Ja. Ach komm, holt euch mal den Turm da oben, wenn ihr schon da seid. Sollen wir? Ja, holt euch den Turm. Och, was. Geht mir meine Magdekillers weg. Wir brauchen Geld. Du brauchst Geld. Ich brauche kein Geld mehr. Hallo, Jessi. Hallo. Du bist ja auch noch da. Ja, mal wieder. Gott, I love you too much. Ja, ja, und jetzt? Ich bin ein riesen Halbtraum. Ja, jetzt verpissen wir uns, weil ich zum Heilpunkt will. Und warum will ich zum Heilpunkt, damit ich wieder Leben habe, weil ich nicht in die Base gehen will. Und wenn du genau das gleiche gedacht hast wie ich, ich lasse es dir jetzt mal, ne? Vielen Dank. Du kannst ja zur Base gehen, ich will es nicht, sonst muss ich mir was kaufen. Ich will aber auch nicht zur Base, dann muss ich ja ganz im Weg wieder zurücklaufen. Ja. Hast du recht warten? Also das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist... Hanna, Hanna, Hanna! Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist Jungle. Aber ich glaube, das will ich nicht gerade acht Minuten noch machen. Ach, ich weiß nicht. Nee, sie stirbt sowieso nicht, ich komme mal hinter dir. Ich will aber nicht mal meine Tank-Zeit. Oh, danke schön. Ich will kein, nicht mal sterben hier. Oh, kein Omnomnomnomnom. Pass auf, hätte ich meinen komischen Pool-Haga nach hinten gemacht, ne? Ja, dann hätte ich ihn bekommen. Aber dann wäre ich gestorben. Ja. Nein, ich brauche mehr Geld. So, Jungle. Lasst euch mal mehr töten. Wer braucht Geld? Ich. Wie viel? Damit ich vollkrieg bin. Ha, hoffen, ha. Ja, ich habe nicht noch mal meine Klinge der Unendlichkeit, oder was habe ich alles gar nicht? Sag mal, bin ich die Einzige, die auf ARD geht? Ja. Wahrscheinlich. So. Ich will euch nicht töten. Ich will euch nur ein bisschen Angst einjagen, ich mag es. Besonders Luchs. Ich erschreck mich nur, wenn du auf einmal aus der Seite rauskommst. So wie jetzt? Ja. Du bist tot. Du bist tot. Wie ist Hanna rief, dass ich es komme? Du bist tot. Ja, ich bin tot. Ja, Drachen stinken. Wie ich nicht getroffen wurde. Ja, Drachen stinken. Asche. Oh, das solltest du nicht zu laut sagen. Power, rescue me. Du Arschloch. Du Arschloch, rette mich. Hättest du wohl gern, Jesse, ne? Hättest du wohl gern. Ja. Ey, wie dem einfach mal der Tower nix rausmacht. Ja, locker. Und jetzt mache ich alleine den, die Spinne. Ich bin zwar erst auf 14 Minuten statt auf 20, aber das ist mir grad scheißegal. Ich geht... Okay, ich gehe zum Heilpunkt, lieber. Heilpunkt. Okay, ich muss voll geheilt sein. Das ist doof. Okay, ich ziehe mich zurück und mache dann die Spinne. Vielleicht habe ich... Ihr dürft zugucken, ja, aber... Nicht eingreifen, das wäre unverwechert. Oh, ich bin auf 16. Oh, das ist gut. Ich bin fast voll. Ich bin jetzt im Let's Play, dann. Oder wollte ich... Ja, eben. Kannst im Let's Play doch gucken. Genau so. Ich hätte es auch gern leid. Genau jetzt werde ich angerufen auf Handy. Ich ignoriere immer gekonnt. Wollt ihr zugucken jetzt hier oder im Let's Play? Ich nicht, also ich... Okay, dann warte ich nochmal. Dann warte ich nochmal. Wir haben versucht aber nicht in der Nähe zu sein. Nicht zu nah ran, sonst zieht ihr euch alle ran. Ja, also jetzt könntet ihr herkommen. Geht ruhig hin. Gibt's da irgendwo ein Gebrüsch? Ich will keinen Spaß mit Jesse haben. Da geht's kein Gebrüsch. So, du bist da. Okay, wer will jetzt noch alles mitgucken und ist da zufällig? Ich will hier in Sicherheit gehen. Ich hab keine Lust, Ron gegen Ron gegen Darkie zu machen. Ja, okay. Soll ich jetzt anfangen? Ja. Ja, kannst du. Jetzt wenn ich wo Fire ist, wahrscheinlich in den Busch da. Nein, ich bin oben. Bei der Spinne. Jetzt gibt's ja auch noch... Okay, sieht nicht so gut aus. Ich hab mein Zerschmetter nicht dabei. Stimmt! Das hab ich die ganze Zeit immer gemacht, als ich Choria Jungle gespielt habe. Nein, 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 nein. Boah. Das war knapp, aber egal. Awesome shit. So, jetzt zieh ich mich zurück. Sehr nice. Ich konnte von hier unten zugucken, weil einer oben war. Ja, ich war oben. Ich geh jetzt immer noch nicht einkaufen. Du bist böse. Jessi, one on one. Das Monster kommt lowlife angetrottelt. Hallo, Monster. Hallo, Jessi. Ich bin nicht getroffen. Oh, hi. Hallo. Hier ist klar, dass ich dir jetzt nicht helfen werde. Ah, scheiße, ich hab mich verklickt. Hättest du machen können. Warte, bleib doch hier. Wie groß der Kreis ist. Wie groß der Kreis ist, wenn Lutz mich festhält. Halt hier. Nö. Komm her, komm kuscheln, los. Ja, komm du doch her. Ja, genau, kannst mich mal. Okay, mit Zerschmettern, mit Zerschmettern hätte ich den Boss alleine gekonnt. Aber nur leider hab ich keinen dabei. Ach komm, nehmen wir doch gleich mal einen, wenn wir schon hier sind, ne? Ja, macht mal. Und ich bin mal kurz ins Skype. Wir sind ins Skype. Nein, Schaden, danke schön. Also, mäßig, ähm, chatten. Achso. Jessi, ich liebe dich. Ich dich auch. Dann komm her. Nee, nee. Okay, soll ich mir jetzt... Komm, wir gehen dahin, wir gehen sie besuchen. Nee. Dann müssen wir mal einkaufen. Ich hol mir immer noch keine anderen Items. Was wissen wir eigentlich? Ich will nur mit Jessi spielen. Ich mag Jessi nämlich. Sagen wir mal so. Sag mir, ich weiß nicht, ob ich es mag. Ich kaufe mir keine Items mehr. Oh, Thresh, du bist da so schön. Oh, vergiss das. Nein. Nein, ich vergesse es nicht. Weißt du warum? 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 Hast du was gegen mich? Oh, ich hätte noch meine Ulti machen können. Das wäre lustiger geworden. Das Geröntsding hat aber nicht geklappt. Tja. Warum machst du das auch? Ehrlich. Na, schade. Es ist Spaß, Markus. Ja, ich bin down. Och, Mando, du hast ihn geomnomnt, bevor ich da war. Ja. Du bist ein geomnomn, ey, Jessi. Omnom. Ich habe gerade nicht zugehört, habe mich konzentriert. Sorry. Ich wollte nämlich gucken, ob ich Blitz einsetzen muss oder nicht. Was für geile Stats ich habe. 0, 11, 1. Wie oft habe ich dich eigentlich gekannt mit Omnom? Ich glaube, mindestens sechsmal. Ach, du Scheiße. Du hast nicht mehr als ich. Das geht nicht. Ich kann das. Oh, mich schaffst du, bitte. Es ist eh gelaufen. Ja. Ich bin ein Albtraum. Ja, das wirst du wirklich. Ja, jetzt ist es vorbei. Das können dich sogar lieber sein selber alleine machen. Nein. Scheiße. Boah, nein, ist reingelaufen. Ja, das macht mir nicht mehr aus. Oh, der Kreis ist immer noch so groß. Der Kreis. Äh, wenn Luchs mich festhält, zum Beispiel, dieser Kreis. Der hier, warte, der hier. Ja, der ist riesig. Der ist schön. Ja, komm Jessi, komm, wenn du dich traust. Oh nein, nicht du. Oh nein, nicht du. Oh nein, nicht du. Oh nein, nicht du. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Omnom, nom, nom. Ey, der hat nicht so Omnomnom. Nein, ich sterbe nicht. Ey, wenn ich sterbe, dann kauf ich mir auch andere Items, ne? Kannst du sowas von klicken, Junge? Ja, kann ich das? Soll ich für non-support? Ich weiß nicht, soll ich dir helfen? Ich wollte nicht sterben. Ich bin hier. Ich weiß nicht, dass ich das war. Oh, verdammt. Egal, jetzt stürfst du. Lauf nicht rein. Das wäre fast gewesen. Ey. Gut, dass Luchs tot ist. Oh, ich mach zu wenig Schaden. Solltest du, wenn sie ihre blöde Ulti nicht machen konnten. Ja, genau. Ja. Ich. Also, ich find's ja eher gesagt schade. So, ich lass euch mal in Ruhe. Ich heile mich voll, indem ich Jungle voll leere. Voll leere. Ich hab auch so ein deutsch. Moment, du bist gestorben? Bist du gerade gestorben? Wie bist du gestorben? Minions. Minions sind okay. Ich versuch mal in Vestas. Ich auch. Ich versuch mich voll zu heilen, indem ich Jungle. Leute, seid mal nicht vorne. Lasst ihn mal ein bisschen machen. Das find ich lustig. Ich brauch den Heilpunkt. Gib mir den Heilpunkt. Ja, ich bin so voll. Nee, Larki. Geh nicht rein. Lass die Blödschen wieder rauskommen. Moment, hier ist nur einer. Da war keiner. Schade, schade. Good game. Schade, schade. Was sei denn, ihr seid zu stark. Die muss man nerven. Rosalud Game Bar. Nein, jetzt hat er mehr Kills als Dings. Ha, ich bin auf der Albtraum. Schöne Spiel, es hat echt Spaß gemacht. Wir sollten öfters mal solche Just-for-Fun-Match machen. Nein, ich sag tschau, Leute. Ich kann die Statistik nicht. Okay, see ya. Okay. Bis zum nächsten Mal.